Hallo, heute einmal die Enklin Laura vor der Kamera. Heute wollte ich euch unseren Stand bei der Messe von Concorde zeigen. Ich würde sagen, wir gehen mal los. Als erstes haben wir hier unser Ausstellerfahrzeug. Das kennt ihr ja bestimmt bereits schon. Dann hier zwei unserer Module. Ein Banner mit dem Prinzip des Bussystems. Das ist auch vorhanden. Dann hier im Ausstellerfahrzeug einmal das Bussystem eingebaut. Das Bussystem ist ebenfalls nochmal in der Concorde eingebaut, aber da kommen wir gleich zu. Hier die eigenen Herde einmal, alle drei. Wenn wir dann noch ein Stück weiter gehen, haben wir hier so einzelne Produkte wie die Q-Box. Das ist jetzt die KW50. Das ist die kleine Batterie, die 155er. Hier ist die Powerstation und hier ist dann die 320er mit Sicherungen. Können wir auch einmal in einer Art drauf filmen. Dann haben wir hier die 500er Batterie und unsere Neuheit natürlich direkt daran. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank hat zwei Kompressoren, jeweils GB80. Wir können dann jetzt vielfach einmal auch hier oben. Hat Licht drinnen und geht bis minus 20 Grad. Bis minus 24. Und der Kühlschrank ist mit Umluft. Können wir auch einmal genauer rein filmen. Dann gehen wir einmal noch zum Bussystem in der Concorde. Auch schön auf den Bedeckungen immer schön WCS drauf graviert. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns den Stand noch einmal so ein bisschen von außen an. Und ich würde sagen, wir gehen los. Wenn man jetzt hier wieder so lang bleibt, kommen wir auch schon wieder draußen. Das ist ein neues Zelt, das wir hier haben. Hier nochmal Flyer. Das Gleiche ist links auch zu sehen. Hier haben wir nochmal so ein paar Dinge. Auch hier im Blatt mit den Informationen zum Spektakel, was ihr wahrscheinlich schon kennt. Und wenn wir nochmal ein paar Schritte zurückgehen, seht ihr auch das Zelt insgesamt. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Es gibt es ja noch mal so ein paar Tage. Und dann musst du mal anschauen. Und wenn es euch gefallen hat, Aber das ist euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, daumen nach oben drauf Ventil ist, dass ihr euch gefallen hat, oder wenn ihr da seid? Und dann seid ihr da auf